Tadeusz Bert war ein polnischer Komponist. Leben, Bert lernte privat 1934 und von 1940 bis 1944 Klavier bei Tadeusz Witulski in Warschau. An der staatlichen Musikschule erhielt er Unterricht in Musiktheorie bei Boleslaw Wojtowicz und Kazimierz Sikorski. Außerdem wurde er von den Komponisten Boleslaw Szabelski und Kazimierz Reitel unterrichtet. Nach dem Warschauer Aufstand 1944 wurde er von den Nazis verhaftet und in den Lagern Sust und Gladbeck in der Nähe von Münster inhaftiert. 1945 befreiten ihn die Briten, die ihn in ein Militärkrankenhaus bei Hagen brachten. Im Jahr 1946 kehrte er zurück nach Polen. Er studierte von 1947 bis 1951 Komposition bei Piotr Reitel und Piotr Perkowski an der Staatlichen Musikakademie Warschau. Außerdem studierte er von 1948 bis 1951 Musikwissenschaften an der Universität Warschau. 1949 gründete er zusammen mit Kazimierz Sikorski und Jan Krenz die Gruppe 49, die sich um eine Musik entsprechend der staatlichen Doktrin vom sozialistischen Realismus bemühte. 1956 gehörte er mit Sikorski zu den Begründern des Warschauer Herbst, einem bedeutenden Festival der zeitgenössischen Musik. Seit 1974 unterrichtete er an der Staatlichen Hochschule für Musik und wurde 1977 Professor für Komposition. Zu seinen Schülern gehören Paweł Schymanski, Krzysztof Knüttel, Elspieta Sikora und Thomas Böttger. 1976 wurde er Präsident der polnischen Sektion der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik. 1978 wurde er korrespondierendes Mitglied der Sektion Musik der Akademie der Künste in Berlin. Die persönliche Sprache des Komponisten zeichnet sich durch Intensität im Lyrischen aus. In Werken seit etwa 1956 erprobte Byrd musikalische Mikrostrukturen nach dem Vorbild Anton Wiebans. Sie sind aber immer von sehr starker Expressivität geprägt, da er sich vor allem dem Vorbild Alban Bergs zuwandte. Er ist auf dem Powatzki-Friedhof in Warschau beerdigt. Preise und Auszeichnungen 1951 Nationalpreis 1952 Goldenes Verdienstkreuz der Republik Polen 1958 Erster Preis beim G. Fietelberg Wettbewerb 1959 Erster Preis bei der Tribune Internationale des Kompositeurs in Paris 1962 Minister für Kultur und Kunstpreis 1963 Musikpreis der Stadt Köln 1963 Erster Preis bei der Tribune Internationale des Kompositeurs in Paris 1964 Nationalpreis 2 Klasse 1966 Erster Preis bei der Tribune Internationale des Kompositeurs in Paris 1966 Jahrespreis der Polnischen Komponistenunion 1968 S. Kusewitzki Preis 1970 Nationalpreis 1970 Künstlerpreis der Stadt Warschau 1971 A. Jurtzykowski Stiftungspreis in New York 1974 A. Onyga Preis 1974 Ordenbanner der Arbeit 2 Klasse 1976 Sibelius Medaille 1979 Premierministerpreis und Medaille des National Educational Committee 1981 Ordenbanner der Arbeit I Klasse Werke Sinfonierter 1949 Klavierkonzert 1949 Sonatina I für Klavier 1949 Sonatina II für Klavier 1952 Erste Sinfonie 1950 Nationalpreis 1951 Kolas Breuknen Eine Suite im Alten Stier für Streichorchester und Flöte 1951 Zweite Sinfonie Quasi Una Fantasia 1952 Kleines Suite für Kinder für Klavier 1952 Concerto für Orchester 1953 Divertimento für Flöte, Klarinette, Oboe und Fagott 1956 Cassazione für Orchester 1956 Vier Liebessonette für Baritone und Orchester auf Texte von William Shakespeare 1956 1956 Espressoni Espressoni Variantie für Violine und Orchester 1959 Vier Essays 1958 Unesco-Preis 1959 Exhortation für Sprechstimme und Orchester 1960 Erotik für Sopran und Orchester auf Texte von Malgurzata Hillern 1960 bis 61 Epiphanie Musik 1963 Vier Dialoge für Oboe und Kammerorchester 1964 Unesco-Preis 1966 Vier Lieder für Mezzo-Sopran und Kammerorchester auf Texte von Wessner Parun 1966 Morgen musikalisches Drama nach Josef Konrad 1966 Vier Novelletten für Kammerorchester 1967 Sinfonie Briefe 1968 5 Lieder für Mezzo-Sopran und 6 Instrumente auf Texte von Halina Poswiatowska 1968 Nationalpreis 1970 Dritte Sinfonie 1969 Nationalpreis 1970 Goethe Briefe Kantate für Baritone für gemischten Chor und Orchester auf Texte von Johann Wolfgang von Goethe und Charlotte von Stein 1970 Streichquartett 1971 Spiel für Streichquartett 1971 Psychodrama 1972 Elegia 1973 Oboenkonzert 1973 Concherto Lugubre für Viola und Orchester 1975 Szenen für Cellos Hafe und Orchester 1977 Kanzona 1980 Stimmen aus der Ferne für Baritone und Sinfonieorchester auf Texte von Jaroslav Iwaskiewicz 1981 Filmmusik 1959 Lothner 1961 Samson 1963 Die Passagierin 2 2 2 3 2 2